Moin Leute, willkommen zurück zu euren Mario Maker Levels. Heute mit Matt, Mike und Kastula. Mal gucken, wie das wird. Versuche 13 von 169, das heißt knapp 7% aller Versuche haben es dann hinterher gerissen. Schauen wir mal. Damit kann man eigentlich so ein bisschen arbeiten. Was ist mit ihm denn? Habt ihr den da unten gesehen? Der ist ja richtig wild. Okay, ich versuche erstmal oben lang. Uiuiui. Ist das ein alternativer Weg? Ja, scheinbar schon. Ist gut. Das muss man vorher wissen. Ich gehe aber unten lang, das ist mindestens genauso cool. Okay. Nein. So nicht. Okay, wie war das? Coopers gehen nie aus ihren Schalen raus hier, oder wie? Okay, das heißt, ich muss tatsächlich dieses Teil hier benutzen. Auch bekannt als Dusche. Maddy, du stinkst. Okay, ist hier ein Visible Coin Block, oder wie ist das? Was ist hier denn, Chef? Hast du da was vergessen? Da kommen wir doch nicht hoch. Wollen wir mal das nach oben? Nee. Habe ich hier was verpasst? Können wir da unten lang? Nee. Das war nicht gut. Also da muss ich vorher wirklich oben lang. Aha, gut zu wissen. Ich hätte jetzt gerne eine Pusteblume. Aber sieht gut aus. Also vom Design her tatsächlich top. Mag ich. Okay, die gehen so weit nach oben, ja. Warte mal, was ist denn, wenn man hier unten... Ja, da habe ich gar nicht jetzt drüber nachgedacht. Wenn da unten... Ich versuche es einfach mal oben lang. Das mache ich jetzt erstmal. Also hier lang war das. So, hier rauf. Und den wieder auf andere Seite. Und dann sind wir oben. Baby Bowser, du stinkst. Okay, hier gibt es extra Leben. Das heißt, das bringt mich nicht weiter. Man muss tatsächlich unten lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da noch so einen Hubschrauberkopf braucht. Den wir allerdings nicht haben. Den gibt es wahrscheinlich, wenn man unten lang fährt. Ja, machen wir das doch mal. Okay. Einmal noch. Nee, dä, 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 dä. Ich mag das ja mit ein bisschen Rätseln, aber es darf auch nicht übertrieben sein. Okay. Nop, 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 nop. Nee, auch nicht. Leider. Okay. Wie soll denn dann das vonstatten gehen? Erzähl mal. Also, ich könnte theoretisch auch den da mitnehmen. Und dann an dem raufspringen. Ja, oder ich mache das mit dem Timing ein bisschen besser. Ich glaube, das ist so das Mittel der Wahl. Das muss man machen. Ist aber eine gute Idee. Also, wir nehmen den Bullet Bill mit und springen dann anhand des Bullet Bills eine Station weiter nach oben. Okay, moin. Das hier ist der sichere Weg. Den ganzen Throms hier. Kaum zu glauben, aber wahr. Okay, Arschbangen. Vielleicht wäre es tatsächlich etwas intelligenter gewesen, wenn ich vorher die Viecher hier ausgeräumt hätte. Okay, geht aber. Na dann. Okay. Zieh runter. Und ein bisschen langsam. Absolut. Sich nicht verwirren lassen. Und ab geht's. Das war ein schöner Level. Hast du gut gemacht. Echt. Sieht gut aus. Macht dir Spaß. Gerne wieder sowas. Also, wenn du... Du hast ja noch einen eingeschickt und den spiele ich jetzt auch noch. Gefällt mir. Also, da kriegst du mein Sternchen. Vor allen Dingen für die Bullet Bill Aktion. Also, da musste ich schon ein bisschen nachdenken. Also, das war top. Deshalb gibt es jetzt wieder was mit Stempeln. Okay, ich male jetzt mal und währenddessen rede ich, damit das nicht allzu langweilig wird. Wo ist denn hier der Bullet Bill? Keine Ahnung. Da ist er. So. Und dann noch... Dann noch ein Top. Top Gag. Hier. So. Gute Idee. Mag ich. Solche Ideen finde ich immer gut. Ich mag es, wenn so Levels ein bisschen kreativ sind. Vor allen Dingen so wie das von Hannes Langner bis zum Ende. Bis zu dem mit den Sägen. Das fand ich doof. Aber bis dahin war es sehr, sehr gut. Und dein Level war definitiv auch gut. Und kreativ. Mag ich. Alles klar. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich jedes Mal ein Sternchen vergebe. Also, erstmal hat er mir das Level ja geschickt. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr euch so ein bisschen... Ja. Hier Mühe gibt und so. Jetzt bin ich aber nicht sicher, welches Level du meintest. Kastula haben wir gerade gemacht. War das Fly High? Wo ist denn die ID? 2 B. Nein, das meintest du nicht. Nein, das auch nicht. Nein, das wolltest du auch nicht, dass ich das Spiel... Du hast auch eine ganze Menge Levels gemacht hier. Nein. Da, der soll's sein. Abschlussrate 1,2%. Ja, danke. Ich wollte es eigentlich nicht, aber warum? Der fängt schon wieder so an. Die Geisterkreise sind meiner Meinung nach in dem kompletten Mario Maker etwas zu dünn. Also, die Szene ist schon frech. Aber mal sehen, wie es weitergeht. Ach, muss man jetzt hier auswählen? Ne, muss man nicht. Man muss hier einfach weiter. Okay. Ich geh einfach mal rein. Ach, das ist ein Reset-Knopf. Ah, okay. Da hast du einen Reset-Knopf reingemacht. Das find ich gut. Das ist eine gute Idee. Aber bringt mir trotzdem nichts. Ich schmeiß mich nämlich gerade schon wieder gegen den Geist. Huch. Da du sehr viele Levels hast, würde ich einfach sagen, ich spiele erstmal nur die, von denen du gesagt hast, das sind meine. Weil das wahrscheinlich die sind, bei denen du dir am meisten Mühe gegeben hast. Und ich will dich ja nicht diskreditieren, diskreditieren, dadurch, dass ich hier irgendwelchen Quatsch verzapfe. Okay. Nein, ich will da doch nicht rein. Oh mein Gott, Mario. Ich will da nicht. Oh Mann. Ich hasse diese Geisterringe. Also hier bei Mario Maker City ist die schon schrecklich. Huch. Okay. Weiter geht's. Oh meine Güte. Ich bin der Meinung, die sollten größer sein. Äh. Äh. Nö. Nö. Okay. Ich bin drüben. Ich hab's geschafft. Safe State Pier, bitte please. Wupp. Okay. Ein gewitzter SMW-Spieler könnte theoretisch an dieser Stelle... Oh Gott, wie soll man denn da raufkommen? Okay. Also von da und dann durch die beiden durch... Oh, das ist schwer. Das ist schon echt schwierig. Ai, ai, ai. Hm. Nö, nö, nö. Okay. Geschafft. Easy peasy. Soß. Das heißt, wir drücken jetzt da rauf. Ne, jetzt ist es schon zu spät. Oh. Ah, tut mir leid, aber ich hab keinen Bock da rauf. Ehrlich jetzt. Also, auf so eine Szene hab ich wirklich gerade echt keine Lust. Ich würd stattdessen sagen, dass ich gerne nochmal in ein anderes Level von hier reingucke. Aber das hier, nee. Warte mal, was ist passiert, wenn ich hier runterfall? Ah, hier, guck mal. Jetzt bin ich hier. Ah. Okay. Ja, dann nehm ich alles zurück. Das ist ein Labyrinth. Das heißt, ich muss da... Die laufen der Games. Da muss ich rein. Aber zumindest ist momentan jetzt wieder alles artig. Also, da hast du... Hätte ich jetzt das mit dem Hochspringen machen müssen, ne? Dann... Dann wär alles ziemlich unartig gewesen. Aber so... Lass ich das so gerne über mich ergehen. Das heißt, den nehmen wir mit. Und dann warte ich hier. Ne... 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 Lieber Mobilfunkkunde, sie... Ah, sie... Steht hier. Sie wurden unter 500 Personen gezogen. Nutzen Sie Ihre 12-Hour-Gratis-Chance auf Ihr iPhone 6s. Ja, ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Danke, liebe Spam-Firma. Jetzt Link klicken und sofort Geld dalassen. Ne, kann ich jetzt schon wieder vergessen. Es ist eine Sache, an die man sich gewöhnen muss. Dass man Peace-Witches hier bei Mario Maker nicht mitnehmen kann, indem man auf sie draufspringt. Die muss man immer von der Seite mitnehmen, auch wenn man die Mitnehmen-Taste gedrückt hält. Das find ich ein wenig schade. Aber das ist doch sowas, was eigentlich nur Leuten auffällt, die, äh, stundenlang, jahrelang Mario gespielt haben. Okay, jetzt kann ich da unten drunter durch. Was ich aber schön finde, ist, dass man Switches durch Türen mitnehmen kann. Das ist ja eine Neuheit. Bin mir sicher, dass ich das hier alles nochmal machen muss danach. Ne. Oh, das war knapp. Na dann, hier hin. Und los geht's. Na gut. Nöp. Okay. Ich laufe einfach mal weiter. Vielleicht. Oh, meine Güte. Nein. Oh, scheiße. Alles nochmal machen. Oh. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich sauer werde, ne, dann platziert bloß viele von diesen Geisterringen. Am liebsten auch gekühlt. Na, da konnte er nicht springen. Also, ich hab das Gefühl, dass Mario so ein bisschen, ähm, fetter ist. Ja, ich sag's ja immer wieder, der ist träge. Der ist nicht so flott. Da muss man schon mal aufpassen. Wink. Wink. Okay. Da sind wir mal ganz cool. Warten, bis die vorbeikommen und springen dann drüber. rein in die Stub. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wuh. Dann hätten wir das auch wieder hingekriegt. Und ich find ja per se so Hacks nicht so gut. Hacks sag ich schon. So Levels nicht so gut, wo man keinen Power-Up kriegt, ne? Ja, so gar nicht. Und dann die ganze Zeit... Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier den P-Speed eigentlich noch ausnutzen muss. Den Switch, meine ich. Okay. Ich war gerade sehr froh, dass diese Hitbox von diesem... Oi. Mann. Scheiße. Oh. Nicht nochmal. Kann ich jetzt für die nächsten Runs diesen komischen Ring hier am Anfang rauseditieren? Der nervt. Der nervt tatsächlich ziemlich. Okay, nochmal rein hier. Weg damit. Ralleln. Okay, hier müssen wir runter. Ich verstehe schon, warum da so viele Leute immer wieder gestorben sind. Also, das ist nicht einfach hier, ne? Ich hoffe aber mal, dann ist es bald... Nee, dass es das dann bald gewesen ist. Und wir nicht so 100 Jahre noch hier machen müssen. Es ist übrigens auch frech, dass der so schnell wirft. Der Dry Bones von Super Mario World braucht länger. Okay, ich gehe einfach mal die Münzen runter. Aha. Ich sehe schon, da kommt noch was auf uns zu. Einfach runter. Hä? Ich bin ja wieder hier, was soll das denn? Hm. Müsste man da theoretisch... Also, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Kann man hier rüber? Nee. Also, da weiß ich nicht, was man machen soll. Ehrlich nicht. Hätte man da mit dem P-Switch noch weitergehen müssen? Also, das... Nee. Ich glaube, da komme ich jetzt auch so schnell nicht drauf, was man da machen muss. Du kannst es mir ja schreiben und dann werde ich es vielleicht nochmal versuchen. Aber dann für die nächste Version bitte ohne diesen Geisterring. Was passiert, wenn man hier runter geht? Gar nichts. Gut, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, jetzt nochmal eine halbe Stunde zu gucken, wie das funktioniert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und das ist mit Summer Bean. Bis dann. Tschüss. Moin. Ich bin es wieder nochmal mit dem Level von Mad Mike GG. Also, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich bin gerade auch im Maker drin. Das funktioniert folgendermaßen. Man muss hier so durch. Und da waren wir ja schon. Und zwar muss man hier irgendwo warten. Ich glaube, war das da? Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal nachgesehen. Ich glaube, das war etwas weiter vor. Das könnte auch da oben gewesen sein. Wartet mal. Ja, komm. Erzähl mir nichts mit euch. Knöckes hier. Irgendwo gab es hier was, was man aufboxen musste. Nee, ich glaube, hier sind wir ganz falsch. Ich gehe nochmal auf Bauen zurück. Ja, ich glaube, das war auch ein Invisible Block. Könnte das sein? Ja, guck mal hier. Das ist nämlich ziemlich frech. Also, du musst hier einen Invisible Block anschlagen. Dann geht es hier nach oben. Und da kannst du dann in eine Tür rein. Und diese Tür bringt dich dann am Ende zum Exit. Also, das ist... Naja. Das ist schon frech. Ja, frech. Das erste Level war super. Fast schon nicht besser zu machen. Aber der zweite hier. Also, das geht nicht. Schade, schade. Damit diskreditierst du dich selber ein wenig. Naja, wie auch immer. Nächstes Mal ist Summer Bean dann dabei. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss.